Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Für den Fest-Dessert präsentieren wir Ihnen heute etwas ganz Exotisches. Bei GOP gibt es preisgünstige Ananas, frisch aus Afrika. Da möchte ich gerade in die Ferien. Und ich möchte Ihnen jetzt zeigen, wie man so einen Ananas richtig aufschneidet. Zuerst kommt die Blattkrone weg, dann der Steilansatz, dann schneidet man sie in der Länge noch auf. Gleich nochmal. Und jetzt hier der harte Strunk wird noch weggeschnitten. Dann trennt man das Fruchtfleisch der Schale. Und macht kleine Schnitze. So kann man es dann brauchen für ein besonderes Dessert. Oder gerade zum Essen. Wir möchten Ihnen jetzt noch ein paar Vorschläge machen für unkomplizierte Festmenü. Probieren Sie die feinen Quick-Fleisch-Spezialitäten. Sie sind fix fertig im eigenen Saft gekocht und darum zu Hause schnell angerichtet. Legen Sie die Quick-Spezialitäten in der Packung noch für 5 Viertelstunde ins heisse Wasser. Die Quick-Fleisch-Spezialitäten gibt es in einer grossen Auswahl. Nämlich geräucherten Schweinshals, Nussschinkli oder geräucherte Rindszungen. Besonders beliebt sind die geräucherten Rollschinkli oder Quickschäufli. Besonders günstige Preise wie alle Quick-Spezialitäten. Aber jetzt Achtung, ich habe da noch einen guten Geschenktipp. Die Coop-Geschenk-Gutschein im Wert von 10 Franken, 20, 50 und 100 Franken. Die Geschenk-Gutschein können Sie in allen Coop-Verkaufsstellen einlösen. Die Coop-Geschenk-Gutschein sind wirklich etwas sehr Sinnvolles. Denn in der grossen, riesigen Auswahl von Coop findet sich jeder etwas, was er sich schon lange gewünscht hat. Ich habe da noch eine Mitteilung für alle Einwohner von Saarne und Umgebung. Morgen Morgen am 9 Uhr geht in Saarne im Kanton Obwalde ein neues Coop-Center auf. Unter anderem finden Sie dort eine Metzgerie mit Bedienung und eine grosse Früchte- und Gemüseabteilung. Sie sehen, Coop sorgt immer wieder für neue und bequeme Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe. So, das wäre es gewesen. Auf Wiedersehen miteinander, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bis am nächsten Mittwoch. Um die gleiche Zeit. Die Asatrap-Geräte gibt es jetzt bei Coop besonders günstig. Die Kaffeemaschine für 50 Franken, der Handmixer für 52, die elektrische Zahnbürste 45 und der Toster ebenfalls 45 Franken. Und bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop 900 Gramm Uncle Bens Reis, nur 2 Franken 30. Zwei Tauben milder Senf, nur 2 Franken 10 und zwei Tauben Mayonnaise, nur 3 Franken 30. 400 Gramm Pommes Pamphoni goldstar statt 24, nur 1.75. 2 Pavienerli Vakuum verpackt für nur 1,95 € 5 Deziliter Kaffeerahm für nur 2,20 € Und noch morgen, übermorgen und am Samstag 1 Liter roten Traubensaft für nur 1,60 € Und 1 Liter naturtrüben Apfelsaft für nur 85 € Und der aktuelle Preisschlager ist Der Satrapfön für nur 19,50 € Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF, 2020